Die Simpsons Tap It Out sagen auf Wiedersehen. Zwölf Jahre lang hattet ihr die Möglichkeit, die Simpsons wieder zusammenzubringen. Durch verschiedene Aufgaben habt ihr in diesem Spiel immer fleißig Geld gesammelt und natürlich auch Erfahrungspunkte und so wurde eure Familie Stück für Stück etwas größer. Was in diesem Spiel natürlich nicht fehlen dürfte, waren die bekannten Running Gags, die wir ja schon von allgemein die Simpsons kennen. Neben verschiedenen Events zu Ostern, zu Weihnachten, zu Halloween, über Sommer, über Herbst, über Winter, es gab massenweise Ausgaben von den Simpsons hier bei Tap It Out, durften natürlich auch die Superhelden nicht zu kurz kommen. Wer wollte, hat sie alle bekommen. Homer, Marge, Lisa, Bart, Grandpa und natürlich auch die kleine Maggie. Nach zwölf Jahren ist aber nun endgültig Schluss. Bis Ende Dezember habt ihr noch die Möglichkeit, das Spiel runterzuladen in eurem Play Store und Ende Januar wird das Spiel spätestens komplett von Server genommen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für zwölf tolle Jahre mit Die Simpsons Tap It Out und sagen auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ihr habt Ihr 4-Hour-Jobs. Wenn ich Sie, Sie bekommen, Sie bekommen ein Doughnut. Ich bin afraid, ich kann nicht Sie tun, Gerald. Was? 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 Das ist das Ding? Wusher, Sie, Sie? Sie bekommen eine Lange zu tun, Sie wären nicht so gut. Nein. Nein. Ich bin sehr. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020